Ausgegen Q2, Papa, Foxtrot, November, servus, grüßt ihn. Ja, der Franz, einen wunderschönen guten Abend. Bitte um deinen Rapport aus Pfau werfen. Ausgegen Q2, Papa, Foxtrot, November, 5,9, plus über den Gleisberg und der Standort ist Stadt Salzburg. Okay, also nicht im Pfau werfen, sondern ein bisschen mitten in der Stadt Salzburg drinnen. Was war im Pfau werfen? Ist das Zweitkute oder war das nur zufällig einmal? Genau, Pfau werfen ist Zweitkute, Harz, Salzburg ist Erstenkute. Perfekt, ich schreibe da paar Standorte in die Listen, dort wo du bist, das ist dann dick geschrieben, fit und passt gut. Danke dir, Franz, einen schönen Abend noch und 73 ins schöne Salzburger Land. Wir nehmen jetzt dann auch die Stationen aus Sierra Lima dazu, auch in OE2 Sierra Lima. Ausgegen Q2, Mike Foxtrot, Papas, Jos, Robert, bitte um deinen Rapport aus Grönig. Ja, 9 plus 40, da über den Gleisberg, umsetzer. 5,9 plus 40, über den Gleisberg, ausgezeichnet, danke und 73 für die weiteren Stationen, bitte aus Oscar ECO 2. Keine weiteren Stationen aus Oscar ECO 2, dann geht es weiter nach OE3. Hier ist Oscar ECO 8 Golf, Whisky Quebec mit der BUSA seit Krisenkommunikationsübung des ADL 820 ÖVSV. Wir befinden uns bereits in OE3 und gehen zu den Bezirkskennern Alpha Mike, Bravo Lima oder Bravo November. Oscar ECO 3, Foxtrot, Julia Sierra. OE3, Foxtrot, Julia Sierra, Jos, Josef, bitte um deinen Rapport aus Furth an der Triesting. Ja, wie immer 5,9, 5,9, über den Hermannskogel, Mikrofon zurück zu dir an Oscar ECO 8, EWQ von OE3, Foxtrot. Ja, wohl, danke, vielmals. 5,9, Hermannskogel ist gelockt und ausgezeichnet, kommst schön drüber, passt ganz gut. Weitere Stationen bitte aus OE3 mit dem Bezirkskennel Alpha Mike, Bravo Lima oder Bravo November. OE3, Foxtrot, Julia Sierra, Joost, Josef, bitte um deinen Rapport aus Spichert. Danke, Wolfgang, schön bloß an dich und neue Zuhörer. Ich bin nur hier, 5,9 plus und wie immer viel Spaß in der Aktivierung. Danke, danke, vielmals fürs Mitmachen und 73, schönen Abend noch, Charlitz. Weitere Stationen bitte aus Alpha Mike, Bravo Lima oder Bravo November in OE3. OE3, Kilo Bravo Romeo. OE3, Kilo Bravo Romeo, der Markus aus Perschnitz. Servus, bitte um deinen Rapport. Ja, schönen guten Abend, Wolfgang, Rapport 5,9 über 30, Jauerling. Wünsche dir und allen Zuhörern einen schönen Abend, Herrn 70 von meiner Seite. Danke, vielmals Markus. 5,9, Jauerling ist gelockt und dir auch einen schönen Abend und 73. Weitere Stationen aus dem besagten Bezirk und bitte. So, Stationen aus Alpha Mike, Bravo Lima oder Bravo November in OE3. Wir wechseln den Bezirk und zwar auf Golf, Delta oder Golf, Foxtrot in OE3. Golf, Delta oder Golf, Foxtrot in OE3. Oscar ICO 3, Golf, Kilo. Servus, Gerhard, liebe Grüße nach Bad Großbert-Holz, bitte um deinen Rapport, Gerhard. Schönen guten Abend an alle und ich auch Wolfgang. Ich wünsche euch allen Stationen einen schönen Abend noch. einen schönen, eine schöne Wochenbeginn und 73. Da von der Station aus gehe ich an drei Golf, Kilo, Wiebeck und auch schöne Grüße da meinen Funkdoktern an die Marion und Anna Pappen. Tschüss, Pierteich. Danke vielmals, Gerhard, für die 5,9 plus, bloß über Nebelstein. Zwischendurch sind ein paar Aussetzer bei der Aussendung gewesen, aber ich habe alles aufnehmen können. Ja, gut warm anziehen bei den Temperaturen, wenn es wichtig. 73, Pierteich, ältere Stationen bitte aus Golf, Delta oder Golf, Foxtrot in OE3. Keine weiteren Stationen heute aus Golf, Delta oder Golf, Foxtrot in OE3. OE3, OE3, Yenki Sierra, Charlie. Da ist sie, die Marion. Servus, schönen guten Abend. Jo, ebenfalls so wie beim Gerhard da. Zwischendurch, kurz heraussetzer. Ja, Gerhard, schönen guten Abend, Wolfgang, hier ist OE3, Yenki Sierra, Charlie, 5,9 plus, geht da von deiner Seite gut, ich kann dich gut annehmen. Ich habe jetzt ein bisschen das Gerät leiser gedreht, weil ich da neben dem Werk ein Problem habe und darum habe ich noch mal jetzt gehört, ob noch Stationen da sind, jetzt habe ich schnell zum Mikrofon geliefert. Danke schön wieder für deine Aktivität, wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend, eine schöne Woche und 73, Pierte, Wolfgang. Und hier war Oskar, Eko 3, Yenki Sierra, Charlie. Danke Marion, jetzt ist alles ganz klar und deutlich gut rübergekommen, ohne irgendeine Störungen, alles klar. Danke vielmals und auch einen schönen Abend und 73 für die weitere Stationen auch aus Golf Delta oder Golf Foxtrot in OE3. Oskar Eko 3, Yenki Sierra, Mikrofon OE3, Yenki Sierra, Christi Wolfgang. So, zuerst war du der Oskar Eko 3, Yenki, Mike, Charlie, der Martin, auch aus Bad Großbertholz. Martin, bitte um deinen Rapport. Danke vielmals, nur zur Rückmeldung, Martin, am Anfang 1, 2 Aussetzer, oder zwei kleine, aber jetzt an der Großteil der Durchsage hat gepasst und hat hingehaut. 73, schönen Abend noch und danke für die 59+, bitte die zweite Station. Oskar Eko 3, Yenki Sierra, Mikrofon OE3, Yenki Sierra, schönen guten Abend, Wolfgang. Oskar Eko 3, Yenki Sierra, Mikrofon OE3, Yenki Sierra, Mikrofon OE3, Yenki Sierra, Eko Golf Hotel, der Martin, Servus, schönen guten Abend, bitte um deinen Rapport aus der Klubstation. Ja, Wolfgang, 5, 9 plus 30 über den Hermannskogel, heute störungsfrei, funktioniert wunderbar, außer der Nebelstein, der ein bisschen hustet, aber ansonsten funktioniert sehr gut. Wir machen dann wieder, oder der Martin, OE3, KDS, macht dann im Anschluss die Pushback-Runde und dann auf der direkten 145-300 die Weinviertler, den Weinviertler Notfunk-Stammtisch. Mikrofon, zu dir, Wolfgang, bitte. Perfekt, perfekt. Somit ersuchen wir natürlich alle OE3-Stationen und OE1-Stationen dann am Anschluss dieser Übung und da einmal, oder zumindest, sobald die Dreier fertig sind, einmal hinzuschalten auf den Pushberg oder auf die Direktfrequenz 145-300, um da mit der Notfunk-Runde des Altviertels einmal Kontakt aufzunehmen. Ausgezeichnet, besten Dank, OE3-XMS, der Martin auf OE3-Eko Golf Hotel, bestens 73 erstweilen und einen schönen Abend noch und ja, viel Erfolg auf Ihre zwei Frequenzen. Gut, ich schaue weiter. Gibt es noch weitere Stationen auf OE3-Golf-Delta oder Golf-Voxtrot? Da, schauen wir. Zu den Stationen nach Hotel Rima oder Hotel Oscar. OE3-Alpha Hotel Uniform. OE3, Alpha Hotel Uniform, der Walter aus Egendorf im Thale, bitte um deinen Rapport. Ja, du kommst dann super herein mit einem Schiemer-Radio. Bistendank, 5 und 7 ist gelockt, 5 und 7, danke fürs Mitmogen. Und 73, weitere Stationen bitte aus Hotel Lima oder Hotel Oskar. Oskar, ECO3, Delta, Oskar, Sierra, Servus Wolfgang, schönen guten Abend. OE3, Delta, Oskar, Sierra, wurde es richtig? Jawohl, Roger, OE3, DOS, 20 über 9, kommt da bei mir der Hermann Skogenau, Roger. So, da pisse ich ganz kurz, mein System, mein System hat kein DOS gefunden. Kann es sein, dass du das erste Mal teilnimmst an der Jungs? Na ja, das kann schon durchaus möglich sein, gell? Ja, das kann schon möglich sein, gell? Früher höfst du das und das später nehmen wir weniger, gell? Ja, gut, Mikrofon zu dir. Sei so lieb, gib mir bitte nochmal den Vornamen, dein QTH, den Bezirkskenner und den Rapport, dann kann ich das schön in die Liste entrogen, sei so lieb. Alles klar, Oskar, ECO3, Delta, Oskar, Sierra, der Vorname Robert, der Locator ist Juliet, November, 78, Whisky, November, QTH, Hula, Brun und dein Signal ist 20 über 9, Roger, über die Hermann Skogenau. Kommen wir bitte nochmal. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, funktioniert nicht, habe ich auch wieder gehört, bitte nochmal. Gut, also fangen wir an, Oskar, ECO3, Delta, Oskar, Sierra, Vorname Robert, Roger? Ja, QTH, bitte, Bezirkskenner. Ja, QTH, Hula, Brun und der Bezirkskenner ist Hotel Lima und der Locator ist Juliet, November, 78, Whisky, November, Roger. Juliet, November, 78, Whisky, November aus Hula, Brun, Robert, OB3, Delta, Oskar, Sierra, besten Dank fürs Mitmachen und einen wunderschönen Abend noch und natürlich jeden Sonntag herzlich willkommen in dieser Runde. Danke dir und 73, Servus, weitere Stationen bitte aus UI3. So, UI3, Mechkilo Uniform. So, UI3, Mechkilo Uniform, kann das sein? So, Servus, das ist der Manfred aus Whisky, November, mit 5,9, Hermanns Kogel. 5,9, Hermanns Kogel, der Manfred aus Wiener Neustadt. UI3, Mechkilo Uniform. Aufgenommen, danke, QSL und 73. Für die weitere Stationen aus UI3 bitte. Oskar, ECO3, XR, Robert, Charlie, Portable. Oskar, ECO3, XR, Romeo, Charlie, Portable. Servus, Karl, bitte um deinen Rapport aus Allsteig. Hier ist Oskar, ECO3, XR, Romeo, Charlie, Portable. Hallo Wolfgang, danke für die Übertragung, für deine Bemühungen. Und mein Rapport ist 5,9 plus 40 über Nebelstein und das mal Notstrom versorgt. Und das ausgezeichnet, 5,9 plus 40, Nebelstein, Notstrom versorgt. Und ja, kommst super drüber, passt wirklich Notstrom. Schreibe ich sogar dazu, heute in die Liste hinein. Und wünsche einen schönen Abend noch, Karl. Danke fürs Mitmachen. Und 73, weitere Stationen bitte, aus Oskar, ECO3. Oskar, ECO3, XR, Telt, Charlie, Operator Oskar, ECO3, Juliet, Oskar, Oskar. Servus, einen wunderschönen guten Abend, Felix, bitte um deinen Rapport. Ja, Roger, Roger, einen wunderschönen guten Abend, Wolfgang. Der Rapport ist wie immer über den Hermannskogel 5,9 plus plus. 5,9 plus plus über den Hermannskogel ist gelockt. Und das machen wir gleich dann noch ein zweites Mal. Mit 5 und 9 über den Hermannskogel der Philipp aus Hausleiten ausgezeichnet. Philipp, danke fürs Mitmachen und einen schönen Abend natürlich. 73, gibt es noch weitere Stationen aus OE3? Einen kurzen Augenblick noch für OE3-OKI und OE3-UZ. Und kannst du auch 5,9 loggen. Die sind gerade beschäftigt. Gut, ganz kurz mit der Beschäftigung. OE3-SHU war der erste. Der Johann, bitte aus Hermanns. Roger, schönen guten Abend, Wolfgang. Der Rapport 5,9 plus plus. Danke, vielen Dank, Johann. 5,9 plus plus ist gelockt. Und jetzt kommt der Philipp noch einmal mit zwei Rufzeichen. Ja, Roger, noch eine kleine Anmerkung. Für OE3-OKI und für OE3-UZ. Kannst du auch 5,9 Hermannskogel dazuschreiben. Die sind gerade schwer beschäftigt. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und viel Spaß noch. 73. So, OE-OKI eingetragen. Und jetzt brauchen wir aber noch das zweite Hofzeichen, bitte. OE3-Kilo-Yenki-Sierra. OE3-Kilo-Yenki-Sierra. Also Kilo-Yenki-Kilo-Yenki-Sierra. Natürlich den Karl aus Obergrafendorf, den haben wir auch da. Servus, Karl, bitte um deinen Rapport. Ja, grüß, Wolfgang. Rapport 5,9 plus 30 über den Jauerling B. 73. Besten Dank, 5,9. Jauerling ist gelockt, Karl. 73, die schönen Abend und gesund bleiben. Weitere Stationen bitte aus OE3. OE3-Kilo-Yenki-Sierra. 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 Der Wolfgang aus Vössendorf. Servus, guten Abend. Bitte um deinen Rapport. Servus, Wolfgang. Schönen guten Abend in die Runde. Wie immer 5,9 über den Hermannskogel. 73, hier bei OE3-Kilo-Yenki-Sierra. OE3-Kilo-Yenki-Sierra. Tango-Yenki-Sierra. Besten Dank, 5,9. Hermannskogel ist gelockt. Wolfgang 73. Weitere Stationen bitte aus OE3. Ui 3 November, Hotel Alpha. Ui 3 November, Hotel Alpha. November, Hotel Alpha. Kommen wir schon da. Das ist der Franz aus Zwiertel. Bitte um deinen Rapport, Franz. Ich bin von Rund Rufkamp. Ruf 9 plus 10 über Nebelstein. Und der Götter mit Rund Rund Minus 4 Grad. Und der Götter mit Rund Rufkamp. Danke vielmals. Minus 4 Grad. Das solltet jeder aus. Das passt gut. 73, schönen Abend noch. Und alles Gute. Gibt es noch weitere Stationen aus Ui 3? Oscar ECO 3 ECO Homeusera. Ui 3 ECO Homeusera. Der Erwin aus Großgehung. Wunderschönen guten Abend. Bitte um deinen Rapport, Erwin. Rund Rufkamp. Rapport ist 5 9 plus. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. 5 9 plus. Danke vielmals. Und 73, Erwin. Bis zum nächsten Mal. Weitere Stationen bitte aus Ui 3. Ui 3 Charlie Victor Sierer. Ui 3 Charlie Victor Sierer. Der Christian aus Korneuburg. Bitte um deinen Rapport. Ja, schönen guten Abend Wolfgang. Ja, schönen guten Abend Wolfgang. Sein Rapport über den Hermanns Co IS 5 9 plus. So wie immer. Danke für die Durchführung. Schönen Sonntag und noch eine schöne Arbeitswoche. 73 Ui 3 Charlie Victor Sierer. Ja, schönen guten Abend. Ja. Ja. Ja.